hallo meine lieben ich darf euch heute die neue kollektion von charlie und paulchen vorstellen und zwar mit dem namen mit sommer und wir fangen an mit den wunderschönen papieren ihr seht hier schweden häuser landschaften wunderschöne grenze blüten blumen zweige hier ist schon das nächste papier hier habt ihr auch wunderschöne landschaften es ist alles dabei was es in einem schweden sommer geben muss natürlich auch wasser scherenfelsen ihr habt die see ihr habt dünen kleine accessoires in der mitte von den bögen hier seht ihr noch mal die scherenfelsen und einen wunderschönen kranz dazu zeige ich euch dann noch ein beispiel es sind wunderwundervolle papiere hier seht ihr die aus also die vignetten bögen auch hier habt ihr scheren landschaften wunderwunderschön illustriert und hier ist der zweite bogen dazu also ihr werdet ganz ganz viel spaß dazu haben zu diesen papieren und natürlich darf eine bunte wiese nicht fehlen mit ganz vielen blüten und blumen zum midsommerfest und wir haben auch wunderschönen neuen stone effect cardstock dazu und zwar schweden blau hier haben wir einmal das klee grün wir haben ein limetten grün dann gibt es das vorsitz ja das kennt ihr ja vielleicht noch vom früher ein wunderschönes leuchtendes geld und hier haben wir das schweden rot natürlich für die schweden häuser die dazu passen die kennt ihr ja auch hier haben wir den cardstock sand ja und das war's mit unseren wunderbaren papieren und wir legen los mit den standformen und zwar unsere kleinen schweden kinder und hier haben wir als erstes den kleinen michel also erinnert mich an die serie definitiv hier haben wir die besten freunde zwei jungs die sich umarmen unsere kleinen süßen buddel mädchen buddel mädchen einmal die nummer eins da kommt gleich noch mehr hier haben wir das blumen mädchen da habt ihr noch lauter kleine blüten dabei und ein blütenkranz den man dem mädchen auf den kopf setzen kann wir haben unseren flugzeug jungen die buddel mädchen zwei die stehenden buddel mädchen mit einer schaufel und einem eimer und unsere kleine schmetterlings prinzessin also auch ein schmetterlings mädchen den man flügel hinten dran machen kann und einen kleinen frosch dann seht ihr hier die margariten ganz ganz süß und damit könnt ihr hier wunderschöne grenze machen das ist so ein kranz gewesen von dem cardstock und ihr habt natürlich auch jede menge accessoires wie zum beispiel ein holzboot was man auf den karten wunderschön arrangieren kann ihr habt einen dazugehörigen bootsteg und einen wundervollen dünen weg und ihr könnt zu dieser kollektion natürlich unsere wundervollen schweden häuschen aus der weihnachts kollektion dazu kombinieren in allen möglichen formen und wir haben auch wie gesagt den passenden cardstock zum ausstanzen wäre nicht gerne koloriert und hier habe ich mal eine kleine version von den häuschen gemacht einfach die gaube hier oben benutzt da könnt ihr auch kleine häuschen mit fertigen nur mal so als dekorations tipp und hier seht ihr eine weitere stanze das sind die spuren im sand das wird in den cardstock eingestanzt dann haben wir die wunderbaren scherenfelsen auch die werden auf den cardstock eingestanzt ich habe das hier mit aquarellfarben koloriert habe den kleinen jungen mit dem cocker spaniel ein bisschen umgestaltet und habt den da drauf gesetzt also ihr könnt wunderschöne zauberhafte karten machen und wir haben natürlich auch neue mini stempel im shop schaut euch mal um das sind verschiedene stempelsets eine kleine geburtstags leiste also jede menge grüße die ihr dazu ergänzen könnt und ich zeige euch jetzt mal ein paar für euch gebastelte beispiele ist das nicht wunderbar hier seht ihr auch den dünenzaun den ihr dazu ergänzen könnt da schaut einfach mal im charlie und paulchen shop vorbei ich habe auch hier die drei kleinen leuchttürme benutzt und ihr findet auch ganz süße stanzen von gummiapan die man gut ergänzen kann zu dem ganzen hier seht ihr ein schweden häuschen in gelb koloriert die zwei buddel mädchen am strand die schiffe im hintergrund hier der michel beim hühner hüten unser flugzeug junge und kleine entchen hier habe ich die mädchen mal ans wasser gesetzt mit zwei enden und einem kleinen bötchen diese karte ist auch wunderschön also es gibt die jegliche gestaltungsmöglichkeiten mit diesen zauberhaften kindern und ihr werdet ganz viel spaß an dieser kollektion haben hier haben wir unser schmetterlings mädchen mit einem kleinen wagen und kätzchen die jungs waren fischen und hier habe ich auch einen spruch mit drauf gestempelt von den mini stempeln und jetzt zeige ich euch noch die passenden kolorations kits dazu und zwar haben wir die ganze tambi farben als kolorations kits ihr habt jeweils fünf farben zur verfügung also wenn ihr beide sets kauft so gibt es die im shop dann könnt ihr die gesamte kollektion damit kolorieren und ich habe diese farben mal gespotscht für euch damit ihr seht wie die aussehen hier auf der linken seite seht ihr die für die scherenfelsen und die natur und auf der rechten seite seht ihr die farben für unsere schweden häuschen da gehört auch noch dieses grafit braun dazu das könnt ihr dann je nach bedarf ergänzen also die bekommt ihr als kids ja und ich glaube hier zeige ich euch auch noch mal den dünenzaun den ihr dazu ergänzen könnt ihr könnt auch ihr habt ja noch mal ein paar kleine kinder die ich hier schon fertig koloriert habe für euch damit ihr euch da mal ein bild machen könnt auch von der größe her und hier auch noch mal der michel ich wünsche euch ganz viel spaß beim stöbern im shop und hoffentlich findet ihr gefallen an unserer neuen kollektion oh